Als Worte gemacht wurden, reiste Gagarensis nach Norden und sammelte die Riesenclans, um die Nordmänner von Alfheim anzugreifen. Doch kurz nachdem sie die unvorbereiteten nordischen Truppen vernichtet hatten, wandten sich die Riesen gegen sich selbst. Verlasse mein Gebiet, Feuerkönig, oder ich begrabe deine Armeen in Schnee und Eis. Kehre in deine Berge zurück, Vollstuck, oder verbrenne in den Feuern von Muspel. In the skies of morning hung, the stairways of the tallest gods, when tyranny was young. Our enemies still live, my friends. Save your anger for them. Ich bin Regenleif, eine Walküre von Odin. Ich wurde hierher geschickt, um euch gegen die Riesen zu helfen. Der größte Teil von Alfheim liegt in Trümmern. Aber die Riesen haben begonnen, sich untereinander zu bekämpfen. Nicht mehr lange. Ihr einäugiger Anführer nähert sich. Stärkt unsere Abwehrkräfte, solange noch Zeit ist. Ja, okay. Das... Unsere Ressourcen sind gering, aber Freya wacht über uns. Unsere Entwicklungen dauern länger, kosten aber weniger. Q, W, E. Warte mal. Einstellungen, Knopf. Ist das ernsthaft? Jetzt wirklich so? Wer braucht denn bitte sowas? Wer braucht denn einen Erzähler? Niemand. Also, mir gefällt das, das war ja nicht. Jetzt sieht man ja noch weniger an Informationen. Die Wälder wachsen hier dicht. Wir können die Eingänge zu unserem Dorf problemlos mit Mauern und Türmen blockieren. Wie machen wir das? Ein Iguhrauf, Jennifer? Ein Iguhrauf, Herr? Ein Iguhrauf, Herr? Ein Iguhrauf, Herr? Iguhrauf und nichts. Ich will. ���ggende Pituch? DNS३ upgraded. Ich Bueno! Dover που лет Gal tech-igen. Ah, das mal. also das wird schon schick aus das muss ja so geben wird mit jedem zeitalter stärker beschwöre ihn als hilfe wenn unsere verteidigung überrannt wird ja 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 mhm mhm wakuren Trauger Ajo, schau mal! Eine ganze Hülle mit Gold zu mitnehmen! Ja, sa! Satt! Ég bygg Ah, Sænar, með fjöndi ég missi á honum Já Hver er þar? Hver er þar? Ég við satt Tilbúinn Satt! Ég við Tilbúinn, feyði maður Skip Satt! 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 Tilbúinn? Satt! 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 Bihl. Jau. Till Kuhn. Jau. Jau. Timpursway. Skip. Die Riesen haben unsere Häuser zerstört. Helft uns, Lady Regin-Lay. das war kein Erfest. Henry, die Riesen will go down. Der hat man ja! Nesteit. Jau. Die Riesen haben doch einen Rasen. Die Riesen sind schon! Sie sind ja. Sie sind ja. Ja, 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 ja. Man sieht also auch nicht mehr das Building-Programm. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich kann es auch richtig umständlich machen in der neuen Version. Ich verstehe nicht, warum man was Gutes, was funktioniert hat, so verhohne piepen kann. Ich kann es auch nicht mehr rückgängig machen, oder was? Ich kann es auch nicht mehr rückgängig machen. 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 Es lohnt sich. Ja, ja, something. Ja, something. Ja, absolutely. Wenn man so Units raus wäre, der Klick ist halt nicht mehr. Ich bin hier. Du, du bist. Ja, ich bin hier. Ja, ich bin hier. Wie ist das? Ich bin hier. Samt ja, skippen, jeg will. Samt ja, skippen, ja. Was ist ja ein anderes Ding oder was? Ja. 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 Ja, skippen, ja, skippen, ja, skippen, ja. Ja, skippen, ja, skippen, ja. Skippen. Sem bíðanur að þú. Satt. Já. Skippen. Samt þykkt. Tilbúin. Veiði madur. Tilbúin. Já. Tilbúin. Já. Satt. Sjá. Jög vil. Samt þykkt. Sass. Sjá að kísa og færk. Atrás. Til fórustu slag. Ich bin der Transformer-Yer. Ah. Ja Ja, 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 ja. Skipp, Jörg, ja, ja. Ja, hau das. Tilbouin, Föregar. Grot, Sven. Tilbouin, ja. Ja Skippen? Ja? Wie kann ich die denn da abwählen? Gar nicht, ne? Tilburg? Ja, Tempursweg? Also das Menü finde ich ein bisschen zu krass überladen in meinen Augen, aber hey! Satt! Ja 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 Satt! Ja Ja So, haben wir geschafft! Gibt es die Achsen noch? Ja 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 Was ist denn dieses Hilfwort Ja Okay, alles klar, die wollen das hier Ja 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 Das alles klar, Bruder Ja Ja Ski Ja 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 Ja, das geht nicht mehr, oder was? Ja, geht auch noch. Tillbohr. Ich will. Something. Sköpann. Ein Gold fehlt halt, ne? Die Leichen unbegrabener Dorfbewohner sind zurückgekehrt, um in ihren zerstörten Häusern zu spuken. Wir müssen jetzt gegen diese Drauga kämpfen. Die Leichen der Leichen. Somtheckt? Hver er þar? Satt. Ich tähle diese Vision und werde es erleben. Ja, gut. Shit, something. Ja. Wir haben auch ein Schaft. Gräut, Sveit. Tillbüin, Timburg, Sveit. Also ich find's besser, wenn die Sachen später da kommen. Ja, diese Blitze sind auch irgendwie... Das weiß ich nicht, ne? Ob das nur tut. Gut. Tillbüin, zack jetzt fram! So, wir wollen halt mehr Leute in Gold, ne? Ach, man kann da drüber laufen, oder was? Tillbüin? Oh, something now. Brutsch, Tillbüin. Ja gut, dann kann das Schiff da erstmal in Deckung gehen, so halt jetzt mal, ne? Perenbar. Sonsten. Eskip. Sack. Ah, eskipa. oh ja die verprügeln eben alle mein zeug da echt ja 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 Oh 8 11 11 22 24 28 29 29 30 29 30 30 Was ist das? Was ist das? Something. Kill it. Yow. 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 Skipper. Yow. Smog bin. Something. Something. Sat. Yow. Yow. Was ist das? hier haben wir alles weggen arbeitet hier auch Ja! 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 Schi-Sach-Sum-Thig-T! Atraus! Ja! 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 Das läuft nicht gut. Ich hätte nicht erwartet, dass diese Nordmänner so erbittert kämpfen. Das ist ein Williges. Till mit uns. Ja, das geht bei dir. Trampier, Gaul. Die andere Raps. Einfach alle unten drücken. Da haut der Sound dir aber auch die Fontanelle aus dem Gesicht, Alter. Und schauen geht das Menu wieder zu. Das ist unfassbar dämlich, dass man, dass das drin direkt weg springt. Vielleicht will ich ja noch was anderes einstellen oder so. Das ist halt auch irgendwie... Also die Führung war damals in dem alten Menu besser. Könnt ihr ja in den ganzen Videos sehen. Ja, kleine Vorgekammer nach da laufen. Ja. 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 Äh, wo kommen denn jetzt die Grachen her? Ich bin auch nicht drin, naja. Ich weiß nicht, dass es in der Originalmission so wäre. Oder warum? Ich bin auch nicht drin, ich bin auch nicht drin. Ich bin auch nicht drin, ich bin auch nicht drin. Die Beeren greifen nicht mehr an. Ich muss nicht so kreuzer laufen. Äh, flieg mal woanders denn, Bruder, Nacht. Ja, das könnten wir halt auch mal hier machen. Ich bin auch nicht drin. Was ist das denn hier? Da ist nicht mal irgendwas dann versteckt. Okay. Ich bin auch nicht drin. Ich muss den Marktstand erneubauen. Ich bin auch nicht drin. Ich bin auch nicht drin. und von wir können wieder laufen und los das abgebrände eigentlich ziemlich das ist schon witzig das abgebrände es gibt immer noch so eine art 15er cap alles klar oder da ich jetzt aber eigentlich nicht mehr dazu dass die ziel kaufen mit dem titan das wäre ein ziemlicher das ist schon alles voll das ist So, gut, dann geht er halt nach da, ne? Warum kann man nicht einfach das ganze Ding betrachten? Naja, so ist es drum. Wer es die Anzeige jetzt da oben ist, weiß ich halt auch nicht, was so geil ist. Na gut, haben wir jetzt gewonnen. Ja, dann lassen wir das mal laden. Schaut, die Riesen flüchten in die Hügel! Nicht mal Sie können dem mächtigen Freire etwas entgegensetzen! Tatsache, ein glorreicher Sieg. Wo ist Ihr einäugiger Anführer? Wenn dein Alter so tödlich ist, kann er selbst kommen. Ich bin es leid, mich mit seinem Bauern herumzuschlagen. Du medallst mit Macht. Du kannst es nicht vorstellen. Ich werde zurückkommen. Und wenn ich das mache, wirst du wünscht, dass du sich ansteht. Mhm. Das ist schon viel besser als in der alten Version. Aber wie lange sind die auseinander? Eben. Sag mal in die Kommentare, wie weit die Spiele auseinander sind. Wie das jetzt schon alles war, ist ein bisschen traurig. Wir können das jetzt noch auf verschiedenen Schwierigkeitsstufen durchspielen, aber das ist jetzt irgendwie nicht so. Was haben wir denn hier zur Auswahl? Warum die jetzt hier? Wo sind die Chinesen? Ganz ehrlich. Na ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Like, kommentieren, abonnieren nicht vergessen.